Für viele Menschen schon seit Jahren der Erfolgsbegleiter, der Erfolgshelfer, die Essenz meiner Erfolgsseminare in den drei Büchern, der Dreifachhilfe, wie ich sie nenne und auch viele Seminarteilnehmer sie nennen. Diese drei Bücher als Helfer für alle Menschen sind entstanden durch meine Seminarteilnehmer, die vor vielen Jahren schon einmal gesagt haben, deine Seminare haben unser Leben so nachhaltig positiv verändert. Schreib das doch mal auf, das muss jeder erfahren. Und so sind die Essenzen meiner Erfolgsseminare über Bücher für jedermann tatsächlich jetzt erreichbar. Das Buch Du bist der Regisseur deines Lebens bringt dich in die Zielerreichung und zwar praxisbewährt über viele Jahre. Und das Buch Du und deine Partnerschaften hilft den Menschen in der privaten Partnerschaft harmonischer auf Dauer in ihrer wichtigsten Konstellation der Partnerschaft in die Zukunft zu gehen. Aber nicht nur der private Teil Partnerschaft, sondern auch der berufliche Teil der Partnerschaften wird hier ganz, ganz wichtig erklärt mit vielen Tipps, so dass es vielen beruflichen Teams schon geholfen hat, wirklich echte Teams, gleiche Ausrichtung und vor allen Dingen mit Harmonie die Ziele in der Zukunft zu erreichen. Inhaltlich Partnerschaften harmonischer, Ziele erreichen durch den Regisseur und das goldene Handwerk oder Lotse, wie viele es nennen, ist der Tagescoach. Es ist das Gespräch, das ich jeden Tag über diesen Tagescoach mit dir führe und dich auf der Zielgeraden halte. Letztlich ist auch ein schönes Bild, was gerade in deinem letzten Seminar ein Teilnehmer sagte, es ist wie ein Lotsenschiff im Hafen. Du koppelst dich an dies Buch an und es führt dich zum Ziel. Diese drei Bücher zusammen werden auch dein Leben positiv verändern und in die Bahnen bringen, wie du es möchtest. Denn viele Menschen haben nicht umsonst die hauptsächlichen Ziele, künftig erfolgreicher zu sein, du bist der Regisseur deines Lebens, harmonischer in der privaten und beruflichen Welt unterwegs zu sein, du und deine Partnerschaften und der goldene Lotse, der Tagescoach. Ich wünsche auch dir, dass die drei Bücher dir so viel Hilfe geben, wie schon für viele Leser vorher und für meine Seminarteilnehmer. Und wenn es auch bei dir in deinem Leben zu einer wunderschönen Veränderung Richtung Harmonie, Glück und Erfolg kommt, dann erzähl es allen Menschen, die dir wichtig sind. Alles Liebe und viel, viel Erfolg!